Hi Leute, willkommen bei Play Alex Play. Und zwar heute machen wir mal wieder unsere Vorratslieferungen auf. Und zwar, wir fangen mal mit 100 Kryptos an. Ich hoffe, heute ist mal ein bisschen was Schönes dabei. Aber ja, wünsche ich viel Spaß dabei. Und jetzt kannst du mal losgehen. So, gespannt, gespannt, gespannt. Ja, Visitenkarte, Holztarn, oh, lila, seltenes. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So kann es weitergehen. Ja, komm schon, komm schon. Ich muss mal ein bisschen was dahin sein. Ja, Kontrast, Tarnung, Waffentarnung, Klatschen, ja. Outrider, gutes Spiel, selten. Ja, das passt. So, komm schon. Jetzt will ich ein bisschen wieder was sehen. Tarnung, 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 Tarnung. Ja, man kann ja nicht immer Glück haben. Ja, komm, weiter geht's. So, wieder Tarnung. Waffentarnung. Sage mal, habe ich mein Glück heute aufgebraucht? Arbeit, aber gläubig. Oh Mann, 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 Mann. Ah, schau an, legendär. Schnellmagazin. Ja, passt. Ja, und eine Waffentarnung, ja, ist okay. Na gut, für Normen haben wir auch nochmal eins. Wildnis, passt. Weiter geht's. Ja, Folie, Holz, Holz, Weihnachtsgeschenk. Ach, klasse. Und nochmal eine Folie, eine Tatze, geil. Scheiße, Mann. Ja, Tarnung, Visitenkarte. Nichts Besonderes dabei. Ja, oh je, oh je, normal, normal. Ja, und weiter, komm. Jetzt mal was Vernünftiges ziehen. So, komm jetzt. Ah, Folie, nicht. Eisvogel, selten, ja. Passt, nicht schlecht, Tarnung. So, man war, Contrast. Ja, okay, weiter geht's, komme. Letzte Packet für heute. Ja, Waffentarnung, Brillen, Battery, geil, Visitenkarte, okay, ja, passt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like oder ein Abo da, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt.